Okay, einer meiner Lieblingslust-Places. Das ist relativ bekannt, aber dafür ist er eigentlich ziemlich cool. Mal schauen, ob man hier gut runterfliegen kann. Das sieht so aus, als jetzt mal aus meinem Team. Das sieht ganz gut aus. Echt trauerhaft. Ach was, die Position ist offen. Da war jetzt noch ein Takt. Jetzt ist es aufgebrochen. Schade, Haken. Krass, wir sind schon richtig fertig. Okay, gut. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020